Rudolf Steiner Initiationserkenntnis 4. Vortrag, 22 August 1923 Das Traumleben und hier ist einer derjenigen Punkte, wo man, wenn man als gegenwärtiger Mensch diese Dinge wieder erforscht, in jenes eher furchtsvolle Staunen hineinkommt, das man empfinden kann gegenüber den traumhaften Imaginationen einer früheren Menschheit, von denen ich auch in diesen Tagen gesprochen habe. Ich sagte, wenn wir zurückgehen zu demjenigen, was eine frühere Menschheit auch im Wachleben in traumhaften Imaginationen in der Seele erlebt hat, was sie dann in Mythen und Legenden in die Göttersagen geformt hat, was so unbestimmt verfließt gegenüber demjenigen, was wir heute in fester Naturanschauung erfassen, wenn man zudem zurückgeht mit dem, was man heute wieder entdecken kann, ganz selbstständig, unabhängig von diesen alten traumhaften Imaginationen, dann kommt man aber doch zu einem ehrfürchtigen Erstaunen, zu einer erfürchtigen Bewunderung desjenigen, was in den Seelen dieser Menschen älterer Zeitepochen gelebt hat. Und aus dem alten Griechenland tönt uns noch ein Wort herüber, welches uns Zeugnis ist, wenn wir auf diesem Gebiete neuerdings dasjenige wieder erforschen, was die Wahrheit ist. Es tönt uns aus dem alten Griechenland herüber ein Wort, welches uns bezeugt, dass die Griechen noch etwas gewusst haben von diesen Dingen, das die Griechen sich vorgestellt haben. Es gibt etwas, was aller Weltgestaltung zugrunde liegt, aus dem sich alle bestimmten Gestalten erheben, das man aber nur erreichen kann, wenn man aus der Sinnenwelt heraus in den Schlafzustand, in einen traumhaften Zustand kommt. Das haben die Griechen genannt das Chaos. Und es war alle Spekulation, alle begriffliche Untersuchung, was das Chaos ist, vergeblich. Denn das Chaos ist etwas, woran der heutige Mensch nahe kommt, wenn er ins Räumen hineinkommt. Nur noch ins Mittelalter ragt hinein irgendetwas von einer Kenntnis dessen, was so als übersinnliche, kaum schon Materie zu nennende äußere Substanz allen äußeren Substanzen zugrunde hegt, in dem im Mittelalter gesprochen wird von der sogenannten Quintessenz, der fünften Wesenheit, neben den vier an deren Elementen, Erde, Wasser, Luft, Feuer, der Quintessenz. Oder es dringt etwas noch in das mittelalterliche Schauen hinein, wenn der Dichter in einer so anschaulichen Art sagt, die Welt ist aus den Träumen gewoben. Der Grieche würde gesagt haben, die Welt ist aus dem gewoben, was du, wenn du aus dem Sinnlichen hinaus dringst in die Welt, die du frei von deinem Körper erlebst, was du da erlebst als das Chaos. So muss man schon, um zu verstehen, was die Griechen mit dem Chaos meinten, hinweisen auf dasjenige, was nicht in den Sinnlichen, was in den übersinnlichen Welten liegt. Wenn man nun die ganzen Vorgänge des Einschlaffens, Träumens, Schlaffens, Aufwachens verfolgt von jenen Gesichtspunkten aus, die sich ergeben, wenn man den Weg, den ich in diesen Tagen beschrieben habe, zu der höheren Erkenntnis durch Imagination, Inspiration, Intuition hinaufsteigt in die übersinnlichen Welten, wenn man also das Traum, Schlaf, Wachleben von dem Gesichtspunkt dieser Erkenntnis verfolgt, so stellt sich einem etwa das Erfolgende dar. Der Mensch schläft hinüber aus dem gewöhnlichen Tageszustand in sein schlaffes Leben, aus dem die Träume in unbestimmt chaotischer, aber auch bewunderungswürdiger, innerlich einheitlicher Art heraussteigen können. Im Bette zurückgelassen wird der physische Körper und der Otterleib, der als das eigentlich belebende, gestaltende, Wachstum bewirkende den physischen Körper durchzieht. Eine Zweiheit wird im Bette zurückgelassen. Aber eine Zweiheit geht auch heraus und dringt ein in jenes übersinnliche Dasein zwischen dem Einschlafen und Aufwachen, das sich Ihnen also auch heute eben vom Gesichtspunkte des Traumerlebnisses ausbeschreiben konnte. Diese Zweiheit, sie stellt sich nun für die höhere Erkenntnis der Imagination, Inspiration und Intuition in der folgenden Weise dar. Da ist dasjenige, was dem Menschen eigen ist, wenn er herausdringt aus physischem und Atterleib als sein astralischer Leib. Stoßen wir uns nicht, ich habe das schon gesagt, an Worten. Man muss Worte haben, man könnte für astralischer Enleib auch ein anderes Wort gebrauchen. Ich werde ja sogleich etwas charakterisieren, was den astralischen Leib betrifft, und wir werden sehen, dass es nicht auf Namen ankommt, sondern auf dasjenige, was man sich als Vorstellungen über sie aneignen kann. Dieser astralische Leib ist eine Summe von Vorgängen. Es geschieht etwas im Menschen, der aus seinem physischen und ätherischen Leib herauswächst. Eben dieses Geschehen, diese Vorgänge stellen den astralischen Leib dar. Im Atterleib haben wir zurückgelassen die Vorstellungen, die Gedanken. Hier drinnen im australischen Leib ist vergeistigtes Licht, von der Kraft der Liebefähigkeit durchzogene kosmische Warme. Das alles ist im australischen Leib vorhanden. Dasjenige, was im australischen Leib vorhanden ist, das kann eben beim Aufwachen hineintauchen in den Atterleib, sich stauen, und dann als das Gewebe, als das Spiel der Träume erscheinen, oder auch, indem es sich herausbewegt aus physischem und äther Leib, indem es verlässt die Welt der Vorstellungen, wiederum als das Gewebe, das Spiel der einfachen Träume erscheinen. Es ist also im Wesentlichen der australische Leib, der uns herausträgt aus physischem und äther Leib. Und dieser australische Leib ist diejenige Wesenheit in uns, die, wie ich schon gesagt habe, die eigentliche Opposition macht gegen die Naturgesetze. Wir stecken vom Morgen bis zum Abend, vom Aufwachen bis zum Einschlafen in dem Getriebe der Naturgesetze drinnen, in dem Getriebe der Naturgesetze, das wir auch durch die Mathematik erfassen können in Bezug auf seine Räumlichkeit und Zeitlichkeit. Indem wir einschlafen, dringen wir heraus sowohl aus dem Gewebe der Naturgesetze, wie auch aus den mathematischen Gesetzen. Wir ziehen auch die Mathematik aus, denn unser australischer Leib, der enthält nicht die tote, abstrakte Mathematik des dreidimensionalen Raumes, sondern eine in sich geschlossene, ich möchte sagen lebendige, aber geistig lebendige Mathematik, die nur in einer Dimension verläuft, die nur in der geraden Linie verläuft. Über diese Dimensionalität hier werde ich noch zu sprechen haben. Aber dieser australische Leib ist es eigentlich, der uns freimacht von unserem Haften an den Naturgesetzen, welches vorhanden ist zwischen dem Aufwachen und Einschlafen. Wir werden durch unseren australischen Leib in eine ganz andere Welt versetzt, in die übersinnliche Welt. Wollte man diesen Vorgang etwa schematisch zeichnen, so müsste man sagen. Wir weben im Bereich der Naturgesetze, wenn wir wachen, weiß. Wir dringen aber mit unserem australischen Leib, den wir ja auch in unserem physischen Leib drinnen haben, beim Einschlafen heraus, gelb. Hier im physischen und etter Leib ist unser australischer Leib ganz den Naturgesetzen unterworfen. Er ist ganz in allen seinen Bewegungen und Vorgängen so drinnen, dass er in den Naturgesetzen drinnen lebt, wie ich sie schematisch dargestellt habe in diesen Figuren, rote Kästchen. Jetzt lebt sich der australische Leib, indem er heraustritt aus dem physischen und etter Leib, in die übersinnliche Welt hinein, und jetzt ist er in einer anderen, in einer übersinnlichen Gesetzmäßigkeit darinnen. Der australische Leib ist etwas ganz anderes geworden. Er hat gewissermaßen die Zwangsjacke der Naturgesetze an vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Er schläft ein, das heißt, er dringt aus physischem und ätherischem Leib heraus, und er bewegt sich in der Welt freier Gesetzmäßigkeit, die seine ihm angemessene Gesetzmäßigkeit ist. Und in was kommt er da hinein? Er kommt nun hinein in eine Welt, das heißt, er bringt uns als Menschen in eine Welt hinein, die für das Ich, für die eigentliche Ich-Organisation, die nun im australischen Leib drinnen ist und mit ihm aus dem physischen und etter Leib heraus geht im Einschlafen, eine freie Beweglichkeit gibt. Das Ich wird frei in der Welt, in die es der australische Leib hineingetragen hat. Jede Nacht wird das Ich in einer Welt frei, in der die Naturgesetze nicht gelten, in der das Ich frei vom Zwang der Naturgesetze schalten und walten kann. Wenn wir zwischen dem Einschlafen und Aufwachen stehen und uns unser australischer Leib befreit hat von den Naturgesetzen, wenn nicht mehr die Gravitation, nicht mehr das Gesetz der Energie, wenn gar nichts mehr von allen diesen Gesetzen gilt in der Welt, in die wir jetzt eingetreten sind, dann ist die Bahn freigegeben für jene sittlichen Impulse, die nur hier sich, ich möchte sagen, unter dem Zwang der sinnlichen Weltordnung in der Welt ausleben können, in der wir sind zwischen dem Aufwachen und Einschlafen. In einer Welt, in der das Sittengesetz nun dieselbe Kraft und Gewalt erlangt, wie hier die Naturgesetze haben, lebt das Ich vom Einschlafen bis zum Aufwachen. Und in dieser Welt kann das Ich etwas vorbereiten. Das Ich kann in dieser Welt, in der es befreit ist im Schlafzustande von den Naturgesetzen, vorbereiten dasjenige, was es dann auszuführen hat, wenn es durch die Pforte des Todes geschritten ist. Über diesen Weg vom Tod bis zu einer neuen Geburt werden wir dann in den weiteren Vorträgen zu reden haben. Das Ich kann nun vorbereiten zunächst in Bildformen, in Imaginationen, die aber nicht vorgestellt werden, sondern die Kraftimpulse sind, das Ich kann vorbereiten zwischen dem Einschlafen und Aufwachen die Bilder desjenigen, was es dann in der Geistwirklichkeit zu leisten hat. Wenn es durch die Pforte des Todes getreten ist, werden nämlich die Sittengesetze so sein, wie unsere Naturgesetze hier in der physisch-sinnlichen Welt sind. Hier zwischen dem Einschlafen und Aufwachen bereitet das durch den astralischen Leib befreite ich schon in Bildern dasjenige vor, was im Geistwirklichkeit durchgemacht werden muss zwischen dem Tote und einem neuen Erdenleben. So dass wir sagen können, dass Ich arbeitet schon, wenn auch keimhaft, wie in einem ganz kleinen Geist keim dasjenige aus, was es dann zu leisten hat im Geistuniversum nach dem Tote. Und in dem, was das Ich in diesem Schlafzustande schon hier ausarbeitet im Bilde, liegt schon angedeutet dasjenige, was wir durch keine Naturgesetze, sondern nur durch die geistige Welt von diesem Erdenleben in das nächste Erdenleben hinübernehmen können. Die Chaosalität desjenigen, was wir als sittlicher Mensch in uns aufgenommen haben, die sittlichen Impulse können wir hier nur dadurch verfolgen, dass wir uns gewissermaßen mit einem inneren Seelen gehorsam unter sie stellen. So wie das Ich sie ausarbeitet im Schlafzustande und dann weiter arbeite zwischen dem Tote und einer neuen Geburt, so gewinnen diese sittlichen Impulse dieselben Kräfte, die sonst je Naturgesetze haben, und kleiden sich hinein in den nächsten Menschenleib, den wir im folgenden Erdenleben tragen werden als unsere sittliche natürliche Verfassung, als unser Temperament, als unsere Charakteranlage, die man nur mit Unrecht einer bloßen Vererbung zuschreibt, die so ausgearbeitet wird, dass das Ich schon daran zu arbeiten hat im Schlafzustande, wenn es durch den astralischen Leib befreit in einer nun nicht natürlichen, sondern in einer reingeistigen Welt zwischen dem Einschlafen und Aufwachen waltet. Und so können wir sehen, wie der Mensch durch den Schlafzustand schon seine Zukunft vorbereitet, wie er sich hineinlebt in seine Zukunft. Und was zeigt uns der Traum? Ich möchte sagen, da arbeitet das Ich während des Schlafens, aber der Traum zeigt uns diese Arbeit in illusionären Bildern. Wir können noch nicht in dieses Erdenleben hereinnehmen, was schon während des Schlafzustandes für das nächste Erdenleben gewoben wird. Der Traum, ich habe das im Anfang meines heutigen Vortrages erklärt, kann uns in seinen Bildern verworren, dass jenige zeigen, was wir durchgemacht haben in früheren Erdenleben, so wie er in chaotischen Formen, dass jenige zeigt, was keimhaft vorbereitet wird für die Menschheitszukunft in künftigen Zeiten. So führt uns in der Tat die richtige Interpretation des Traumes dazu, anzuerkennen, dass der Traum doch etwas ist wie ein Fenster, durch das wir nur in der richtigen Weise durchschauen müssen, wie ein Fenster hinein in die übersinnliche Welt. Denn hinter diesem Fenster liegt dasjenige, was das Gewebe der Ich-Tätigkeit ist, die da dauert von früheren Erdenleben bis zu künftigen Erdenleben. Wir schauen schon in einer gewissen Weise, wenn wir den Traum in der richtigen Weise interpretieren können, durch das Fenster des Traumes von der Welt der Vergänglichkeit, in der wir als Erzellenmensch leben, in die Welt der Dauer, der Ewigkeit, der wir mit unserer eigentlichen inneren Menschenwesenheit angehören. Davon will ich dann morgen weitersprechen.